guten tag zum hotel michel bitte moin hotel michel ok kennen sie hamburg nein na das ist der bahnhof ah ja und das hier rechts ist die kunsthalle das ist ein museum interessant und wie heißt der see see das ist kein see das ist ein fluss der fluss heißt alster ach so und was ist das ist das eine kirche nein das ist das rathaus ah ja hier ist eine kirche das ist die michaeles kirche wir sagen der michel ah sehr schön und da ist auch schon das hotel das macht dann 13 euro 70 a oder a alt jahr hafen star lang fahren man e oder e alle sehe zehn weg see gern elf herr sehr i oder i schiff mitte sieben kirche wie, bitte, hier o oder o hoch, kosten, von, pro Sonntag, Ort, Montag u oder u Fluss, Gut, Turm, Zug Stunde, Buch, Fußball